In der ersten Blütezeit des Automobils, zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, war Josef Gantz Chefredakteur des Fachmagazins Autopritik. Der überaus fündige Journalist hatte nur ein Ziel. Er wollte das perfekte Automobil konstruieren. Es sollte klein, leicht, kostengünstig, komfortabel und effizient sein. 1931 präsentierte Josef Gantz schließlich den Prototypen des Maikäfer. Für viele Kenner gilt der Grundgedanke des Maikäfers bis heute als Ursprung des Volkskäfers. Geboren wurde Josef Gantz in Budapest und bereits als Zwölfjähriger ließ sich das Technikgenie eine elektrische Schutzvorrichtung für Straßenbahnen patentieren. 1929 wurde Gantz von der deutschen Motorradfabrik Ardi unter Vertrag genommen. Ziel war die Herstellung eines Volksautos. Mit seinen umfassenden Kenntnissen über die Automobiltechnik seiner Zeit und als Ingenieur hatte Josef Gantz bereits konkrete Ansätze. Unbedingt sollte das Prinzip der doppelten Pendelachse in das neue Fahrzeug integriert werden. Gesehen hatte er dieses beim Tatra 11, mit dem er sogar Treppentestfahrten gemacht hatte, um die Funktionalität der Pendelachse zu testen. So entstand 1930 sein erstes Kleinwagenprojekt und 1931 der bei den Adlerwerken gebaute Prototyp mit dem Spitznamen Maikäfer. Es war das erste Fahrzeug mit einer unabhängigen Vorderradaufhängung und doppelter Pendelachse an der Hinterachse. Einige technische Innovationen prägten dieses kleine Gefährt. Die Lenkung ist über eine Zahnkranzsteuerung angelenkt. Die Pedalerie nennt sich Querschwingpedalerie und schwenkt beim Betätigen seitlich. Diese Technik ist begründet durch den einfachen Zentralrohrrahmen. Der 200 Kubikmotor wird über einen Anlasserhebel an der Fahrerseite gestartet. Der kleine Einzylinder-Zweitaktmotor liegt mittig am Heck auf der Hinterachse. Die Kühlung funktioniert über eine Wasserkühlung. Der kleine offene Wagen erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 45 km pro Stunde und ist sehr wendig und hat dabei eine ganz herausragende Straßenlage. Die Karosserie ist sehr einfach und auf einen Zentralrohrrahmen aufgesetzt. Durch die niedrige Bauhöhe benötigt der Maikäfer keine Türen. An der stilisierten Kühlerfront erkennt man den abstrahierten Maikäfer als Logo. Der kleine Maikäfer zeigte ein großes Potential, um ein Volkswagen zu werden. Josef Gans hatte noch viele Pläne mit dieser Technik. Es lagen bereits Entwürfe zu weiteren Karosserieformen und Fahrzeugtypen in der Schublade. Seine Genialität war der Ursprung einiger Fahrzeugmodelle, wie zum Beispiel auch für den Mercedes 170 H. Doch der Zweite Weltkrieg und das Naziregime wurden ihm zur Verhängnis. Er musste aus Deutschland fliehen und setzte sich in der Schweiß ab. Nach dem Krieg versuchte Josef Gans seine Rechte auf die Patente, die ihm während des Zweiten Weltkriegs abgenommen wurden, auf der Klagebank zurückzubekommen. Trotz großer Hartnäckigkeit blieb ganz erfolglos und erhielt nie das Recht, sich als Erfinder des VW-Volkswagens zu nennen.